Elif Kubaschik vor wenigen Stunden Vielen Dank an das Gericht. Vielen Dank, dass Sie mir einen weiteren schweren Schlag versetzt haben. Und zwar einen Schlag mit den niedrigen Strafen, insbesondere für Emminger und Wohllieben. Einen Schlag mit dieser Ermutigung. Weitere Ermutigungen der Naziszene, mit der ich mich in Dortmund fast alltäglich auseinandersetzen muss. Und der ich dort alltäglich in irgendeiner Form gegenübertreten muss. Vielen Dank an das Gericht für die Aussage, dass die Polizei, die Sicherheitsbehörden nach dem Untertauchen nichts davon hätten wissen können, dass der NSU sich im Untergrund befand. Vielen Dank auch für diese Aussage, die mir unfassbar scheint, angesichts dessen, was hier im Gerichtsverfahren und in den Untersuchungsausschüssen hervorgekommen ist. Ich, Elif Kubaschik, reagiere hier in vollkommenem Unverständnis auf diese Art des Urteils. Ich, Elif Kubaschik, reagiere hier in vollkommenen Unverständnis auf diese Art des Urteils. Ich, Elif Kubaschik, reagiere hier in vollkommenen Unverständnis auf diese Art des Urteils.